herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal wir werden heute hier zehnmal das 94 plus chef shifter packt öffnen und mein chef shifter packt das haben wir schon im stream geöffnet wenn es euch natürlich gefällt freunde sehr gerne daumen hoch geben wenn ihr neu seid nichts mehr verpassen wollt lasst ihr seien abo da zudem habe ich heute wieder drei vier trading methoden für euch am start wie aktuell sehr sehr gut coins machen könnt und dann würde ich sagen freunde starten wir direkt rein ab geht's ja und wenn du noch sagst du willst exklusive trading tips direkt aufs handy haben ist es eigentlich relativ einfach schon dazu in meinen trading discord in die platin launch wenn du schützt kriegst wie komme ich hier rein ist relativ einfach einfach ein twitch sap auf dem kanal da lassen twitch ist unten verlinkt und dann kannst du hier automatisch rein scheinen in die platin launch wo du exklusive trading tipps kriegst wo du ja exklusive spieler kriegst du wie du sie genau rein stellen sollst und ja dann würde ich sagen gemein zwei die video ab geht's komm es ist der pack immer noch dass er kommt es auf platz eins ist seit wann live seit 15 uhr seit acht minuten wie heißt das denn hier 9999 weg das ist jetzt sehr sieben bei den pp und ich hoffe den sicher auch wer ist das passieren könnte das sein oder was das brasilien artal kennt das denn es ist aber alles noch bett hat alles noch besser schlusses nächster was das denn ich sagte also ich sagte es ist cool weil kohl kostet kohle noch was schützt kommt ihr es gegen was gescheites ich will also ich sagte es gut karte davis pick als davis nehmen gehen wir rein gehen wir rein und die wette ist dann nie oder davis cordoba ist okay nichts tolles ne kommen gibt was gescheites hoffen wir auf was gescheites kommen wir gibt was gescheites ea sports okay dann gehen wir rein kommen ich wünsche viel glück komm ich wünsche viel glück komm gib was gescheites davis ist nicht teuer aber es ruhe karte das spieler ist schon mal schrott rein das war auch nicht sogar minus bis jetzt sehr schlecht 1 2 3 gönn den onkel platin boss was gescheites grünes gut die ersten drei doppelte gesehen habe dachte ich mir sehr nice sehr nice ja von natürlich die heutigen trading methoden hier aktuell sehr gut machen könnt für jedes budget eigentlich was am start für 15k für 30k für 100k und natürlich für ein paar millionen wie ich am start habe habe ich natürlich auch was am start und dann würde ich sagen gehen wir mal direkt rein ich werde jede methode kurz erklären warum geht sie warum sollte die aktuell machen und ja wir starten mal rein die bronze seltenen gehen aktuell wieder sehr sehr gut warum gehen die sehr sehr gut wegen diesen ganzen neuen upgrade packs 74 bis 71 bis 74 packs und so weiter da brauchst du seltene bronze spieler wie kriegst du aktuell also alle für 350 400 schon weg im schnitt so die kannst du alle für den preis zirka verkaufen was heißt es ihr bietet auf jeden bronze selten spieler 150 macht euch die mit liste damit voll wenn ihr gemerkt erst ein paar seiten ist ein bisschen was geboten gar kein problem hier gibt es 1000 karten geht ihr einfach ein paar seiten nach hinten und bietet 150 auf jede karte es gibt auch karten die mehrwert sind aber in der regel kriegst du eigentlich 350 bis 400 für jede karte was ungefähr dann ein gewinn ist von 200 coins pro karte ist jetzt nicht die welt aber hier macht die masse auf jeden fall die coins wenn das mit einer hunderter liste macht hast du jede stunde so 20 30 verkäufe und wenn du das ein paar stunden durch ziehst du kommst du auf jeden fall auch auf ein paar münzen auf jeden fall dann gehen wir zur nächsten methode die ihr auch machen könnt mir ein bisschen mehr budget abbruchst du 30.000 münzen dazu geht hier in irgendein topliga ist völlig egal ihr geht auf 350 gold und bietet auf jede karte 350 das könnt ihr auch machen da bietet ihr auf jede karte 350 und stellt jede karte für 550 bis 600 rein auch hier macht den gewinn von 200 250 coins ungefähr geht sehr gut dadurch natürlich dass die 82 plus spc da ist gehen diese packs sehr gut gold upgrades gibt es sowieso immer und da könnt ihr die auf jeden fall sehr sehr leicht erbieten für 350 kriegt ihr eigentlich fast jede karte erboten und die könnt ihr dann locker easy für 200 300 mehr verkaufen wer sagt okay ich habe zu viele verkäufe weil es kann hier sein dass du für 550 600 sehr sehr viel verkaufst dann mach ruhig 700 750 da werden auch sehr sehr viele verkäufe am start sein für diese preise macht ihr nichts verkehrt könnt ihr auf jeden fall so machen machst du wirklich gar nichts falsch und die letzte methode für ja erstmal low budget sage ich mal ist natürlich mit den gold senden ich schaut mal was die kosten die sind aktuell wieder ein bisschen teurer ja sagen wir mal 1516 sollte eigentlich jeder weg gehen ich würde die sogar für 16 wahrscheinlich sogar noch teurer reinstellen also 1819 sollte dir die meisten ungefähr verkauft bekommen ihr könnt ihr jetzt ja eins ich würde die für 19 einfach alle reinstellen was würde ich euch jetzt empfehlen entweder sie snipe die bis 14 oder billiger 1 kriegst du die sogar eigentlich problemlos und stellst du mit 100 stück alle für 1819 rein und macht ungefähr pro karte deine 500 coins kannst du hier auch versuchen die für 12 12 zu snipeen kriegst du auch für 12 wie du hier siehst ich werde ihnen upgrades reinstecken diese karten mich interessiert diese low budget sage ich mal nicht so arg aktuell ja wir haben gestern mein 20 mal 85 und so weiter aufgemacht das war katastrophe das hier war die beste karte aus allen packs das ist wirklich katastrophal gewesen aber ja so könnt ihr das auf jeden fall machen macht euch eine hunderter liste voll ihr könnt euch auch je auf wie von jeder liga einfach 20 stück holen das heißt und jeder der top 5 liegen holt ihr euch zwar nur seltene macht die 45 600 coins teuer rein wenn ihr für 12 13 holen macht die 1819 und das macht ihr auch mit 100 stück da macht ihr auch auf jeden fall guten gewinn pro karte wie gesagt 500 coins das schmeckt auf jeden fall das läuft sehr sehr gut und dann gehen wir noch rüber zu meiner üv-liste die auf jeden fall auch sehr sehr gut läuft wieder ihr seht das hier gehen wir kurz die verkäufe durch könnt euch die karten eins zu eins nachkaufen so ein bale zum beispiel eine super karte den kriegst du immer so für 46 47k mache es ebenso kriegst du für 55k die per seien schon sehen schon sehr sehr gute karte für die v-liste aktuell geht wirklich sehr sehr gut fred geht gut hier felix ihr seht da was ich auch für preisunterschied habe ich habe die wahrscheinlich ich glaube beide so für 25 gut die einen für 30 verkauft die einen für 36 verkauft quillage haben wir hier am start ist oder bonucci kriegst man auch eine geringverdienerkarte kriegst du für 11k marsch immer 2 3k auf preis geht auch immer sehr sehr gut weg dampf dies haben wir hier verkauft für 16 5 und noch schon und ja ich habe noch einige tods aktuell auf der liste noch mal in christmann weg ihr seht hier für 15 5 neymar kostet aktuell nur 33 klar haben wir einfach für 10k auf preis verkauft oder habe ich noch einige tods aktuell auf der liste die ich vom preis her günstig fand und ja freunde das wäre es so gesehen heute schon mit dem video gewesen ich hoffe es hat euch wie immer gefallen letzten tage kam ja nicht mehr so viele videos wenn es euch wieder gefallen hat sehr sehr gerne den like banken selbst menschen würde mich sehr freuen freunde kommt heute abend sehr sehr gerne auf twitch vorbei oder wenn wir natürlich wieder live streamen würde mich sehr freuen ich wünsche euch einen schönen tag haut rein bis dahin ciao